Ja Mensch, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Together 2.1.3 mit Katan. Hallo. Und ja, wir haben jetzt nur noch zwei Level vor uns, aber zuerst wollen wir uns auf die Suche nach dem Kuchen machen. Und ich sag mal, ich starte mal, ne? Jo. Psst, Pontius, am Ende des Abenteuers wartet ein Kuchen auf dich. Hä? Was war das? Sprich lauter. Die Stimme kenne ich von irgendwoher. Kuchen, vorwärts! Kuchen! Kuchen! Oh mein Gott. Da gab es doch auch mal so eine lustige Werbung von wegen... Ja, Herr So-und-So, Ihr Vorschlag. Äh, Kuchen. Naja, weiß ich gar nicht mehr. Ich kann drücken. Ich auch. Also, wieder auf drei. Yes. Eins, zwei. Drei. Äh, okay. Wieder ein Buch. Okay. Kuchen. Kuchen. Feinecke. Aber schön, dass das hier nochmal zurückkommt. Definitiv. Das ist ja der Kuchen. Wo ist der hin? Oh. Da war der Kuchen. Da war einer. Der Kuchen. Nette Anspielung. Sehr cool. Von uns beiden, die wir ja auch, äh, Trine, äh, Trine 2 wollte ich gerade sagen. Ja gut, das haben wir auch zusammengespielt, aber auch, äh, Ding. Portal zuweil. Yes. Nette Anspielung auf Portal, feiere ich gerade. Wieso kam der Cursor nicht? Weil ich dich jetzt wiederbelebt. Dann krieg ich dich nochmal wiederbelebt. Ich krieg dich jetzt, hab ich ihn da. Ja, da wollte ich eigentlich nicht hin, aber ist okay. Wow. Wow. Ja, warte, bleib mal ein bisschen dranhängen. Ja, toll. Dann komm ich da an die Tür. Danke, bin an der Trinecke. Schön. Und die ist drüben. Cool. Super Teamwork. Na, auf jeden. Hier, geh mal auf die andere, ich schwinge. Ja, ich... Nicht an die! Ich komm noch nicht gescheit auf die andere. Deswegen... Weg hier! Alternative. Weg hier! Fast wär ich drauf gewesen. Ja, ich krieg ja die andere nicht zum Schwingen. Oder? Schwingt die so lang genug? Ich war doch da. Ja, okay. Ich muss dann halt schnell auf den Ritter. Ah. Okay. Hab's. Okay. Und nu? Hm. Die Frage ist halt, wie kommt... Kriegt man das jetzt rauf? Wie kommt man da rauf? Ja, wie komm ich erstmal auf die scheiß Plattform? Hm. Hm. Was ist denn, wenn ich... Nee. Läuft gut. also die linke habe schon mal einen schwung versetzt bekommen das ist recht auch okay oder unten warten dann skelette kann ich die schon mal abknallen ich hab hier dann schon ein bisschen shooting game ja ich weiß nicht ob du so ein bisschen siehst hinter der wand nein dann halt nicht ja gut ich lasse die zwei übrigen habe ich es erledigt ja du kannst wenn du drauf bist ja was glaubst du was ich hier die ganze zeit wache die aufhängung perfekt kann man eigentlich auch da oben das ding einfach abschießen jetzt wo die da sind und dann weil das sieht so aus als ob das da hängen würde ach nee die müssen einfach nur tot und dann kommt es runter okay dann halt doch hohe gewalt der art style hier erinnert mich auch bissel an child of light ich lebe nicht mehr nicht ja es ist du okay ich wollte ihn eigentlich gerade ein bisschen besser vorbereiten und da hingst du schon dran ja guck mal ich bin schon da ja guck mal ich auch deswegen hasse ich die tastenbelegung die ist so schlecht gemacht ja ich habe ja doch Ja oder du guckst halt Richtung Wand, dann rennt er nämlich Richtung Wand. Ja oder so. Sonst hätte ich jetzt gesagt, machen wir's mit dem Zauberer. Okay, kann man sich da irgendwo ver- ah! Oh! 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 Ich heils für dich auf. Ich muss nur erstmal da auf- ich bin tot. Ähm. Soll ich- soll ich weiter gehen? Das Problem ist, ich bin links gekommen. Toll. Aha. Weißt, bei anderen Leveln machen sie die Spawnpunkte zu weit vorne und hier ist das genaue Gegenteil. Ja, ja. Also die Spawnpunkte sind echt für den Multiplayer ein bisschen- ach, das hat sich schon wieder versetzt, das blöde Ding. Halt dich einfach da dran fest und dann zieh dich hoch. Ja, genau so. Und dann schiebe ich das schon weiter. Ja, schuldig. Ja. Dachte ich mir gerade auch so. Und dann halt einfach Körpergewicht. Okay. Ja, genau. Ja. Ja, so nicht. Was auch doof ist im Vergleich zu dem Vorgänger. Ich kann hier nicht springen und mein Schild in die Richtung halten. Oh, warte. Ähm. Geh mal davon runter, bitte. Äh, ja. Achso, ich dachte, ich muss die da einhängen. Ja, ne, das ist schon ne gute Idee. Passt schon. Aber ich muss halt währenddessen versuchen uns zu schützen. Ja. So. Oh, Moment, 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 Moment. Moment. Wir werden ja beide hinrennen. First. Ja, ich hab gedacht, ich lass dir den Erfolg mal. Juhu. Haha. Ach, das sind ja wieder solche... So. So, einer hab ich schon mal zugemacht. Äh. Ja, aber irgendwie fehlt da ein drittes Gefühl. Aber wie gesagt, ob das jetzt muss. Willst du nicht deine Kiste noch machen? Hm. Wär natürlich ne Idee. Ich dachte, gegen den Feuerball. Ach so, ich dachte, da wär so ein Plattformding gewesen. Ich weiß jetzt nicht, was das bringt, aber... Warte mal, was ist eigentlich, wenn ich dieses komische Ding hier mal... Ich bin durchgeglitscht. Als das Ding wieder hochkam, bin ich ernsthaft da drunter gewesen, obwohl ich ja auf dem Dreiteil drauf war und bin dann nach unten durchgeflogen. Oh, okay. So, was wollen wir hier jetzt? Hm. Hm. Vor allem desse konnte ich sie aktivieren, aber... Kann ich ne Kiste mitnehmen? Ich kann die Kisten mitnehmen. Ach! Ja, so ging's mir auch grad. Ah. Oh! Und es war sogar gut, dass ich sie mitgenommen hab. Guck mal. Das war nämlich meine Vermutung. Mit den Steinkisten das Ding aufreißen. Ah, sehr gut. Ich hab's blind richtig geschmissen. Sehr nice, du. Sehr, sehr cool, dass das so funktioniert hat. Wir haben erst 14 von 50. Was zum... Was zum Henker? Nein, das wollte ich gar nicht! Oh! Gigi? Ja. Ich mach dir mal. Dankeschön. Hm? Seh ich. Ja, natürlich. Hätte sein können. Danke. Bitte? Oh. Ja. Du musstest dann holen mit dem Ritter schwebend. Am besten. Achso. Ich hab's glaub ich grad... Ich hab nicht dran gedacht, hab's vergessen. Thanks! Bitte, bitte. Ah, I see. Das nicht. Ja, oder so. Ich will jetzt schon einen Ecken und zu kämpfen. Ich will einen mit dem Stein besiegen. Genau das hatte ich vor! Genau das! Jetzt haben wir's beide mal gemacht. Mann, sind wir stylisch. Ja. Ich wollte sagen, wie geht's weiter, aber okay. Achso. Ja, ja. Ach, das spiel ich schon wieder. Achso. Ja, erstmal von runter. Natürlich. Nein! Das ist doch noch nicht festgemacht. Dann muss außerdem ne Kiste drauf. Bleib mal hier bei mir einfach stehen. In der Mitte von der Plattform. So. Ja. Oder du Masches. Mausrat, scroll, scroll, scroll. Dann machen wir's halt so. Kann ich das zusätzlich daran binden? Ja. Cool. Ich kann zwei Sachen an ein Ding binden. Wusste ich es auch noch nicht. Ist auch schön. Aber es geht. Hoi! Hoi! Ich kann das durchschneiden. Ja. Ich hab's durchgeschnitten. Okay. Wow! Da unten wartet tot. Ah, hier ist noch ne Ecke. Tödlicher Tod. Ja, da kam ich nicht dazu. Ja, deswegen hab ich mich langsam runter geseilt. Ja, ich bin auch langsam runter gesegelt, aber... Hat sie sich abgerollt und in die Stacheln rein. Toll. Super. Ja. Total. Die sind nicht irgendwie an Deponia Doomsday. Vergiss nicht, dich abzurollen. Das wird die Leute aber auch nie ausreden lassen. Ähm. Weißt schon, beim Jahrmarkt und so. Ja, ja. Oh, da ist ne... Die sind nicht als Gegengewicht aufgehällerhangen. Okay. Ah, ich hab's getroffen. Nice. Oh. Das wollte ich nicht mal... Ah, ich hab das da rausge... also... ne? You know? Ich rausgehe. Was? Ja, die Kiste war an einem Seil und das hab ich... Ach so. Okay. Und das hab ich aufgeschossen, aber ich glaub das war nicht so gut, weil jetzt ist da der Feuerball. Renni, ich hab die Kiste halt noch weggeholt. Huch. Äh. Wo bin ich denn? Der drunter. Ich war verschüttet, Hilfe! Das war ich eben auch schon. klar du schaffst es natürlich einfach so ja aber jetzt darf ich es nicht das ist problem ich bin mir jetzt wieso eben ging es nicht ich hab mal die treine ecke und hier scheint es auch nicht weiter hoch zu gehen okay ich segel dann mal zu dir rüber ich rolle mich steilisch durch ich kann auch rollen mhm wo legt es mich hin ach da hinten genau da wo ich eigentlich rein wollte okay du bist ganz komisch bei mir rumgeglitscht ja das machst du bei mir alltäglich alltäglich okay so einer bin ich also jetzt hätte es so um schon mal geöffnet cool so ist die ich wollte nach oben springen habe b und a gedrückt gehalten gelassen nur die müsste ja dann eigentlich hier locker auf diesen kleinen vorsprung vorkommen sie hat schon wieder gemacht die ist dann einfach auf diese komische plattform spurt drauf gesprungen aber nicht richtig irgendwie und dann kann ich das kaputt machen irgendwie nö die frage ist wie kommen wir da hin die antwort ist warte da geht es da ist auf jeden fall vielleicht total unterhalb unten bleiben von damit ich testen kann ja komm kiste kommen kann man sich ausreichend schwung versetzen okay das ist mein plan dass wir rauf hatten und rüber na ja aber so ganz will das nicht klappen wie ich will aber probieren wir es einfach mal nö es muss irgendwie noch irgendwie noch anders na toll ja irgendwo ja naja wenn ich denn ach so noch gar nicht da ähm aber ich denke irgendetwas muss muss auch mit den kisten ich verstehe es noch nicht so ganz ne ich auch noch nicht wieso kann ich denn jetzt nicht die eins ja toll jetzt ist sie weg sorry kein ding jetzt ist die kiste weg noch hauptsache mit der kiste klappt es jetzt das ist jetzt nicht wahr ich muss diesen absatz falsch gelesen haben und wie das ist ein fiesfaches leider das gibt es jetzt nicht am ende des abenteuers wartet ein kuchen auf dich was war das sprich lauter die stimme kenne ich von irgendwoher kuchen vorwärts ach ja das gibt es jetzt nicht doch siehst du doch ja leider sollte es aber nicht gehen aber das ist echt nervig dass das immer neu laden muss sorry aber ja vor allem auch so sinnlos ja vor allem das sollte ja eigentlich schon geladen sein ne ja das ist ja da geht echt viel Zeit drauf ja dabei sind wir noch eigentlich relativ vorsichtig wow wie vorsichtig so vorsichtig ja ich sehe es komm mal jetzt ganz vorsichtig oh ja sehr vorsichtig ja geil da kann man doch schön drüber lachen oh bei mir hat es wieder nicht alles gespeichert bei mir schon ja komm mal jetzt da oben da war ein Seil dran ja ich sehe es gerade ja ich sehe es gerade hab's wo musstest du das kaputt machen ich hab keine Ahnung ich hab keine Ahnung wie ich das kaputt gemacht hab oh warte das ging doch eben ganz leicht bei dir ja keine Ahnung na geil warte ich nehme mal das Ding da weg der zittert bei mir auch schon so komisch hä oder kann ich mir da probier mal zurück zu jumpen kann sein dass du mich gleich retten musst okay ja ich sehe es schon oh warte ah die ja die ja ich sehe es gerade auch ja genau ich probiere mal derweil hier nochmal die Twiner-Kitter oben links zu bekommen yes naja hast du ja gleich schon hi hi naja es wäre schon wieder ja ach die dreien guck mal das war sogar noch in derselben Seite ja also wieso muss das dann neu laden ja mhm cool da ist manchmal die Perspektive ein bisschen mein Feind äh du hast bestimmt noch nicht die versteckte Ecke geholt die da unten ne ne ähm komm mal mit ich hab mal das hier schnell gemacht ja und dann da rein ach so nö danke bitte und da wusste ich auch noch gar nichts ja die habe ich eben geholt so jetzt wird es wieder lustig ich glaube von der Seite hast du es eben du hast es von der Seite hier gemacht da ging es ah ok ja für dich wird es jetzt halt gut für so viel dazu Perspektive ja ich wollte gerade sagen hängt das Ding jetzt ernst nach oben wow ich kann keine jetzt kann ich ihn wieder zaubern ja das muss nur noch ich rüber you can do it kiste war am abspacken yay ich weiß jetzt nicht ob das so geplant ist aber na hier ist alles erlaubt das funktioniert einfach im spiel ist alles erlaubt ja vor allem wenn es so verpackte Zustände liefert ja ich hänge mich dran entstanden ja ich würde nur das Seil ein bisschen einholen mal ach so eigentlich warte mal ich nehme halt den Zauberer noch dazu ah guck mal ich nehme jetzt ich ich ja oder oder auch nicht ja ok ich lebe noch wieso äh kannst du mal nach links vielleicht zurück gehen was deswegen ja warte dann helfe ich dir mal ja ok passt ah ah das Ding hab ich dir da ah Mist cool cool jetzt muss ich nur noch da hinkommen irgendwie ähm warte ach so warte mal das blockiert da eh schon ja ok warte 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 vielleicht kann ich oh jetzt blockiert es da unten hier ich kann es so ja warte ich weiß wie ich wollte eigentlich keine neue zaubern ich dachte du wolltest springen ich war wieder auf VASD falsch das erklärt so einiges ja oh stopp hier oben oh nein Hilfe ah ah oh Gott habs sehr schön ja oh nein jetzt kann man die Dinger zerstören ach so ähm ah ja das war jetzt nicht so neulich schwer tolles Rätsel ja das sowas stimmt sich Rätsel wirklich warte was ist denn hier wow ich hab da mal die Dreinecke geholt ich habe nichts Kisten uhu Kisten wow ich hab da eine Idee mit äh ja ja wirst du halt nicht hören nö ich komm auch so hoch ja aber guck mal ich kann jetzt hier so ja jetzt hast du es mir ein bisschen schwieriger gemacht das meine äh meinen Plan auszuführen ah ja weil ich wollte nämlich jetzt eigentlich einfach hier den so drehen und dann nö kann ich da chillig drauf laufen also ich bin schnoben ach so nimm halt deine Kiste da weg sie stört hey die hat mir geholfen eben ja aber mir mich würde es jetzt stören da hoch zu kommen verstoß natürlich anstatt dir einfach eine neue zu machen ne ja klar ich bin Schwabe ich spar sogar bei den Kisten ich dachte ich merke das ist doch alles chillig ja ich hab den Boden noch nicht gesehen gehabt hm Twiki oh äh okay glitsch dich da lang mach ich auch mal mit das war jetzt ne na geht doch was zum Kaihauer das Ding das Ding hat einen epileptischen gekriegt ja sind mh bist du warne mich vor oh warte ja ich warne dich vor ich hab jetzt mit der Kiste was vor ja Dieter äh okay dann halt okay ich lass los dann halt nicht ich wollte gerade auch loslassen wieder bin ich einfach drunter gefallen wie soll man denn da hochkommen oh so bin ich eben hochgekommen ja ja boah pass mal auf äh ja hängst halt nicht dran ja halt dich fest vielleicht so na gut halt da ja hallo danke 31 von 50 bald müssten wir den Kuchen gefunden haben wow das bricht weg okay was zum und was bringt das jetzt ist ich weiß Perspektive bitte ja ich werde da nein ja halt dich doch da oben fest du campel meiner hat es gemacht an meiner nicht ich bräuchte eine kist von dir danke das war ein bisschen das war ein bisschen zu hoch für ohne aus aber gut ich komme ich war doch da drauf ja aber es ist runtergefahren bei anderen werden hätten sie sich schon weiter gebracht und wenn es blöd ist weiterzukommen ja machen wir am besten nacheinander gg dankeschön er macht ruhig ok ok ich bin nun die nächste seite gerannt ist klar ist du bist dein ich glaube das ist irgendwie nicht so sinn und zweck ich glaube das ist irgendwie nicht so sinn und zweck ich habe doch keine ahnung mein sinn und zweck ist das ding ist dazwischen zu klemmen stylisch ihr kisten master und so kennst mich doch natürlich blanken master einfach umliegen ja ach der links kommt nun auch welche und wieder die treppe runter und wieder die treppe rauf so sehr schön komische kartoonskelette dabei haben wir gar keine tun wird gespielt ach so wir sind hier nicht bei Yu-Gi-Oh dezent nicht oh warte na brauchen wir noch eine zweite ich will die Drei ah naja ich habe die Drei necke das weiß nicht naja na also naja dankeschön bitteschön aber ich das mit mir selber auch so machen kann bestimmt ja wir müssen sagen du stehst da nicht drauf wäre das in Drei zwei auch schon gegangen I don't know I don't know eins ich meine nämlich fast nicht ich meine fast dass das was sowas noch war noch ein bisschen strenger war oh Kuchen Kuchen ist eine Lüge nein der Kuchen ist eine Lüge ich musste auch gleich beim Titel und dem Bildschirm dran denken herrliche Anspielung ja 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 konnte ja irgendwie nur sowas sein ja aber wir haben trotzdem ein paar wieder 35 Minuten was was 35 Minuten für den Part dabei hat er nur ein Drittel von den normalen Leveln an ja ja aber hat er wieder interessante daher du schwebst ja ich weiß wer war dran I don't know ich glaube du okay ja gut dann ja freuen wir uns dass ihr zugeschaut habt wenn ihr das hier jetzt noch mitbekommt habt ihr das ja hoffentlich und nicht einfach geskippt und ja über einen Kommentar oder eine Bewertung würden wir uns genauso freuen und wenn ihr auch beim jeweils anderen vorbeischaut je nachdem wo ihr gerade geschaut habt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder wenn es wieder heißt Let's Play 2.1.3 ne ja bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann